Den Mädels von Wonderwall, jawohl, Köln-Portz ist in der Haus und das demnächst mit vollem Karacho. Ab 10. November kommt das neue Album What Does It Mean und im Januar gehen Wonderwall dann als ihr eigener Headliner auf Tour, auch mit der neuen Single, dem Song For You. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.